Helle Bildbereiche ziehen den Blick des Betrachters automatisch an. Lernen Sie in diesem Video anhand kleiner Experimente, wie Sie selbst auf unterschiedliche Bildkompositionen reagieren. Wir haben hier gerade schon mal über die helligkeitsbestimmten Bildteile in einem Foto gesprochen. Also, dass der hellste Punkt im Bild schon seine Wirkung erzielt. Aber das bitte nicht jetzt als Dogma sehen, dass es immer so sein muss. Also, wenn ihr morgen ein Bild seht, wo die Laterne rechts im Bild ist und schön hell strahlt, dann sagt bitte nicht, dieses Foto muss Mist sein, weil der Schuhe hat gesagt, wenn es nicht links oben hell ist, dann taugt das nichts. Das kann ein wunderbares Foto sein. Es ist nur so die grobe Regel, die wir vielleicht hier am Tisch mal uns anschauen und vielleicht wird es dann auch ein bisschen deutlicher. Ich nehme jetzt hier meine beiden Rähmchen und mache einfach mal ein schönes Hochformat für die Kamera. Wir können auch ein Querformat nehmen, ist egal, aber ich denke Hochformat kommt ganz gut. Und da markiere ich jetzt einfach mit ein paar Punkten mal so verschiedene Bildteile und gebe die einfach mal so an. So, und wenn ich das jetzt nochmal abdecke und ihr macht mal die Augen zu und schaut denn auf das Bild und beobachtet mal eure Augen, wo ihr denn hinschaut und in welcher Reihenfolge ihr da drauf schaut, dann wette ich jetzt mit euch, dass ihr zuerst hier hingeschaut habt, denn zu dem grauen Punkt und denn zu dem schwarzen Punkt. Also wir haben eine ganz klare Blickführung im Bild geschaffen, die durch die Helligkeitsunterschiede der einzelnen Punkte entstanden ist. Und wenn das nun eine Serie von Bildern ist und ich deute hier nochmal einen hellen Punkt an, dann funktioniert das wieder genauso. Ihr schaut zuerst hier hin, denn dorthin, denn dorthin und denn schaut ihr hier unten hin und wisst, eigentlich geht es da weiter und ihr werdet so ein bisschen dazu verleitet, auch weiter zu blättern und in diese Richtung weiter zu schauen. Und mit diesem Punkt kann ich natürlich jetzt spielen und kann den zum Beispiel auch da hinsetzen, würde ich den ein bisschen wegnehmen und dann schaffe ich hier so ein Dreieck, so ein blickführendes Dreieck, könnte man das fast nennen, indem ihr in diesem Kreis schaut und dann entdeckt ihr hier unten etwas und ihr schaut nicht mehr auf die Seite des Fotos, sondern ihr schaut zum Schluss auf diese Seite des Fotos. Das heißt, hier geht es weiter. Ganz böse Leute würden jetzt sagen, dass ich da den Betrachter mit manipuliere. So weit würde ich es nicht nennen, aber es ist schon so die Möglichkeit, die wir haben, gerade in der Objektfotografie, einen Blick im Bild zu führen. Und ich betone, dass das in der Objektfotografie besonders gut funktioniert. Also verzeiht es mir einfach, aber wenn natürlich jetzt hier die wunderhübsche Blondine ziemlich karg begleitet steht, funktioniert meine Blickführung nicht mehr. Also dann kann ich helle Punkte hinsetzen, wo ich möchte. Dann werden zumindest mal 50 Prozent, nämlich der männliche Teil der Betrachter, zuerst mal da unten hinschauen. Also in neutralen Bildern funktioniert das so mit dieser Blickführung. Und da können wir den Blick im Bild halten und können halt, was ich sehr schön finde, auch immer bestimmen und relativ schnell merken, wenn wir zu viele Punkte in ein Bild bekommen. Ich lege einfach nochmal welche dazu. Und ihr merkt schon, das ist egal, welche Farben ich nehme. Ich nehme jetzt absichtlich mal kein Weiß mehr. Ihr merkt schon, wie das Bild unruhig wird. Ihr wisst plötzlich nicht mehr, wo ihr hingucken sollt. Und da macht es Sinn, also dann immer so ein bisschen zu reduzieren und zu sagen, okay, weniger ist mehr. Lassen wir es bei wenigen Punkten sein und dann ist es gut so. Und wenn wir hierbei sind, können wir auch gerade noch darüber sprechen. Es ist ja oft so, dass wir mehrere Dinge fotografieren müssen. Also ich sage jetzt mal, irgendein Kunde will ein paar Schrauben fotografiert haben oder egal, ein paar Kürchen ist es wirklich egal. Und er gibt mir vier, dann habe ich schon ein relativ großes Problem, wie ich die anordnen soll, wenn ich die frei im Bild anordne. Weil vier Punkte, die ich nicht zusammenfüge in einem Bild, ergeben immer so etwas wie ein Trapez oder ein Viereck. Das ist ganz egal, wie ich die hinlege. Und der Blick wird immer in die Mitte dieses Trapezes oder dieses Vierecks geführt. Das kann ganz schön sein, aber dann muss ich mich immer sehr genau fragen, was mit diesen Flächen außenrum passiert. Und ich sage immer, alle Bildflächen haben ja ihren Sinn und ihren Zweck. Und ich nenne diese gerne so Präsentationsflächen. Also wie im Supermarkt, das Display, das eigentliche Produkt präsentiert, so tun wir das auch im Foto. Wir haben Flächen und die sollten unser Produkt präsentieren. Und das wird viel einfacher, wenn ich denn aus einer solchen Gruppe eine Dreiergruppe mache, weil dann, ich nehme da aber jetzt auch mal einen Grauen, dann haben wir nämlich gleiche Farben. Denn dann wird aus dieser Vieregruppe, wenn ich sie anordne, eine andere Gruppe. Und dann schaue ich zuerst auf den größeren, den dominanteren Punkt und dann auf den zweiten. Und das ist der Wichtige. Der wird durch diese hier unten präsentiert. Und diese beiden, die da wieder unten liegen, präsentieren den Punkt, der da drauf liegt. Und das sind so kleine Spielereien, die ich mir überlegen kann, wenn ich Bilder entwerfe, wenn ich mir Bilder überlege, wenn ich Bilder skizziere und sage, wie möchte ich gerne den Bildaufbau haben. Und wenn ich weiß, wie ich Gruppen anordnen soll und wie ich mit Helligkeiten im Bild umgehe, dann ist es relativ einfach, Bilder zu gestalten.